hey ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt ich war bei dm habe sachen nachgekauft mein ohr kratz warum mache ich das jetzt ja tatsächlich habe ich heute mal wieder hier meine vlogging kamera kamera hey ich freue mich dass ihr eingeschaltet habt tschuldigung was ist das ja ich habe es mir heute hier ganz kuschelig gemacht und ja passend dazu war ich bei tk max und habe mir super herbstliche deko sachen besorgt und das mache ich noch mal naja und das letzte was ich euch noch zeige sind die kleinen kaffee 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 genau katzen kaffee was auch so toll ist was ich so feier ihr wer denkt was die zeigt uns im kochtopf ja ich zeige euch im kochtopf so wie viel gänge haben die eigentlich so ja und das letzte noch ganz kurz um die hatten die doch die gab es glaube ich in einer großen packung die waren lecker die sind nicht so war und ja hier steht auch einfach just enjoy where you are oder where are you now where you are now also ich höre auf zu quatschen mache hier ich wünsche euch alles liebe und dann tschüss bis zum nächsten mal was war das denn wenn ihr früh aufsteht seid ihr glatt wie ein babyarsch wenn ihr dann früh aufsteht dann seid ihr so zart und weich wie ein baby popo ich habe da auch reingeguckt aber ich habe mir nicht angeguckt was drin war ich habe nur durchgespult bis ans ende und dann haben die mädels gesagt ob hopp hopp hot 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 oder top oder flop oder top dreh dich hier ey so und dann habe ich hier aufgebraucht einfach blödes spülmittel und habe dann aber so einen ebenmäßigen ton aber ich liebe nach wie vor meine action spülmittel so und der ganze dekorative bums schneide ich raus mal gucken das ist der airfryer den habe ich euch oh gott der ist auch schon staubig sehe ich gerade oh mein gott ich muss das nur putzen oh gott ach das ist das denn der ist jetzt auch nicht poliert hier für die aufnahme irgendwie nur leggings und eine lange bluse dazu also da gibt es ganz ganz verschiedene looks was mache ich hier und bei instagram bin ich auch sehr aktiv da könnt ihr auch mal rüber huschen rüber huschen wohin eigentlich rüber 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 ich weiß es nicht was rede ich hier ja ich bin da irre irgendwie ich weiß auch nicht warum aber ich wisse dann auch den total gern mit meinem yves saint laurent gott ich rede hier wenn ich mich selber reden höre dann denke ich so was ist mit dir mit meinem yves saint laurent schneide ich raus dann habe ich auch bei den reinigungsmitteln natürlich zugeschlagen und da habe ich hier einmal einen badraumreiniger ein badreiniger ich würde euch ans herz legen benutzt nichts mit chlor oder sehr stark reizenden denn 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 arznei eigentlich diese kräuter und inhaltsstoffe damit wurde früher sehr viel geha- wo du quasi mein stück da einschickt ich wahrscheinlich dann kacke ich war auf gott was rede ich hier nein da kommt er denkt jetzt was macht die frau heute ich werde jetzt glaube ich mal ein video beenden ich habe jeden tag ein schönes kleid und bin happy und die katze dahinten die aktive sieht und das ist so leichter duft der auch ganz schnell natürlich verzieht und sich dann nicht stunden irgendwie hält ne genau also das sind gute sachen und das ist einfach im natur trüben abselst ab und weil sonst dieses tuch habe ich jetzt hier ein haar da ist es wir wollen wir machen wir haben hier ein foto mit dem schicken tun aber ich sage nur hier vorteil und ich vorteile das ist eine krämer und das ist ein arges Das ist das Orgasm. Danke schön. Kunde noch. Kunde, 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 Kunde. Think I'm about to say the impulse.